Hast du manchmal auch Probleme wie das hier oder das hier oder vielleicht das hier? Lösungen für unter anderem diesen Problemen gibt es im heutigen Video. Und wenn du nicht weitere solche Videos verpassen willst und dir diese Videos gefallen, darfst natürlich gerne ein kostenloses Abo dalassen und gerne auch dem Video einen Daumen nach oben geben. Vielen Dank! Und jetzt legen wir los mit ein paar Inventar-Lifehacks. Beginnen wir mit diesem Problem. Hier haben wir im Inventar sehr viele Steine und wollen die jetzt alle in die Kiste legen, aber immer alles einzeln irgendwie anzuklicken ist super nervig. Den Prozess können wir schon mal beschleunigen, indem wir die Umschalt- bzw. Shift-Taste gedrückt halten und dann auf die Items klicken. Dann können wir diese direkt in die Kiste verschieben, ohne dann immer die zweimal anklicken zu müssen. Aber es geht noch schneller. Und zwar, wenn wir mehrere Items der gleichen Sorte, wie zum Beispiel jetzt nur Steine haben, die in die Kiste sollen, dann können wir einfach einen Stack oder einen Stapel der Items anklicken, sodass wir ihn hin und her bewegen können. Und dann drücken wir die Shift- bzw. Umschalt-Taste und fahren dann auf einen weiteren Stack der gleichen Sorte und machen dann einen Doppelklick darauf. Und dadurch können wir dann alle Items dieser Sorte in die Kiste schieben. Ich finde das auf jeden Fall extrem praktisch. Schreib mal in die Kommentare, ob du den Trick schon kanntest. Das zweite Problem betrifft mehr die Leute, die im Kreativ-Modus spielen. Und zwar, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in der Kiste schon mal einen Stack Sand habe und jetzt hier noch mehr Sand reinmachen möchte, dann suchen viele im Kreativ-Inventar nochmal nach Sand und legen den dann hier rein. Allerdings geht es auch viel einfacher. Und zwar könnt ihr einfach mit der Maus auf ein Item fahren, das Mausrad dann einmal runterdrücken, das heißt einen Mausrad-Klick oder Mittel-Klick machen und dann habt ihr das Item dupliziert und jetzt könnt ihr das hier reinlegen. Und wenn ihr ganz viele Items duplizieren wollt, dann könnt ihr auch das Mausrad drücken, dann habt ihr es dupliziert und dann anstelle von Links-Klick zu drücken, drückt ihr einfach nochmal das Mausrad und fahrt dann einmal hier über die ganzen Slots und dann könnt ihr das richtig oft duplizieren. Extrem praktisch. Auch ein Fehler, den ich sehr häufig sehe, ist das, wenn Leute Items in die Hotbar, also die Leiste, die man hier unten im Spiel sieht, legen wollen, das Item zweimal anklicken. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einen Stein in die Hotbar legen möchte, dann machen das viele Leute so. Und das ist falsch, denn es geht einfacher, indem wir einfach die Zahlen 1 bis 9 drücken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einmal auf den Stein fahre und dann die Taste 1 drücke, dann habe ich das Item direkt hier im ersten Slot. Wenn ich jetzt die Taste 9 zum Beispiel drücke, habe ich es im letzten Slot. Das gleiche funktioniert auch in einer Kiste, das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Item legt, kann ich einfach die Taste 1 drücken und ich habe es direkt auf dem ersten Slot. Und das gleiche funktioniert auch rückwärts, das heißt, wenn ich hier ein Item auf dem ersten Slot liegen habe und dann einfach hier mal mit der Maus auf dieses Kästchen fahre und dann die 1 drücke, dann landet das Item dort und so kann ich das die ganze Zeit hin und zurück wechseln, was extrem praktisch ist. Natürlich kann ich dann auch die Items tauschen, wenn auf dem Slot 1 schon ein anderes Item liegt, dann wird es einfach gewechselt. Übrigens funktioniert das auch hier im Game und zwar, wenn ich hier in der Hotbar ein anderes Item auswählen möchte, dann sehe ich total oft, wie die Leute die ganze Zeit hin und her scrollen, aber das ist gar nicht nötig, denn auch hier kann ich einfach die Zahlen 1 bis 9 drücken, um auf den gewünschten Slot zu wechseln. Das ist zum Beispiel bei Tools total praktisch, wenn man sich angewöhnt, die immer auf die ersten paar Slots zu legen, dann kann man, wenn man schnell mal sich wehren muss, direkt auf die 1 wechseln, um den Zombie zu schlagen, dann direkt auf die 3 wechseln, um irgendwie Gras abzubauen und dann nochmal auf die 2 wechseln, um irgendwie einen Baum abzubauen. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Dann hätten wir einmal hier das Problem mit dem Chaos und das können wir ganz einfach bereinigen, indem wir die Items doppelklicken, denn wir haben hier ganz viele einzelne Items und wenn ich hier einmal zum Beispiel den Keys doppelklicke, dann werden alle Items von Keys zusammen auf einen Slot gesammelt. Das kann ich auch dann auch mit dem Sand machen und mit dem Gras machen und schwupp, habe ich die Kiste sortiert. Komplizierter wird es dann in so einem Fall, denn auch hier kann ich zwar zwei gleiche Items zusammen sammeln, jedoch kann ich hier nicht einfach direkt alles automatisch sortieren lassen. Zumindest nicht ohne Mods. Und zwar können wir beispielsweise die Inventory Tweaks Mod installieren und mit dieser Mod installiert, kann ich mit einem Klick die Items zum Beispiel alphabetic sortieren lassen und mit anderen Mods lassen sich die Items auch noch nach anderen Parametern sortieren, wie zum Beispiel die Anzahl der Blöcke. Ein weiteres Problem ist zum Beispiel dieser Fall, dass du den Inventar komplett zugemüllt hast und jetzt aber den Grasblock brauchst. Und dann gehst du ins Inventar und wechselst es dann auf den gewählten Slot und baust dann damit weiter. Das ist aber falsch. Denn einfach nur durch das einfache Klicken des Mausrads kannst du dir den Block, welchen du gerade anguckst, auf den geradeaus gewählten Slot wechseln. Das heißt, es wird einfach aus dem Inventar der Block, den du gerade anguckst, in die Hotbar gewechselt und der Block, der da an der Stelle war, wird dann zurück an die Position des Blocks, den du gerade gewechselt hast, zurückgewechselt. Geht es noch komplizierter? Und wenn du im Kreativmodus bist, dann geht es auch ohne, dass du das Item im Inventar hast. Da kannst du wirklich jeden Block einfach anklicken mit dem Mausrad und du erhältst ihn, ohne dass du ihn auch im Inventar haben musst, in deine Hotbar, was extrem praktisch ist. Und dann kommen wir noch zu einer recht banalen Sache, welche ich aber auch trotzdem immer noch recht häufig sehe. Und zwar kennen die Leute nicht den Unterschied zwischen Linksklick gedrückt halten und Rechtsklick gedrückt halten. Was ist der Unterschied? Wenn wir einen Stack an Items nehmen und dann den Linksklick gedrückt halten und die Items dann verteile, dann werden die Items gleichmäßig auf die Slots verteilt. Wenn ich das Ganze mit Rechtsklick mache, dann wird auf jedes Slot wirklich nur ein Item gelegt. Ja, eigentlich sollte man das wissen, aber es ist schockierend, dass es immer noch sehr viele Leute gibt, die es trotzdem noch nicht wissen. Und das in 2021. Naja. Und zuletzt noch ein Problem, was sehr nervig ist. Und zwar, man hat zum Beispiel hier ein Stack Items in der Kiste liegen und man möchte jetzt drei Items davon haben. Das heißt, man kann hingehen, sich den Stack nehmen, drei Items mit Rechtsklick raussuchen und das Ganze wieder zurücklegen. Das ist eine Möglichkeit, aber die ist nicht gerade elegant. Eleganter ist die Mod namens Mousetweaks, welche wir uns auch ganz einfach über CurseForge installieren können. Und jetzt können wir einfach auf einen Stack gehen und das Mausrad drehen, also scrollen und uns damit dann einzelne Items von diesem Stack abziehen lassen. Aber das ist nicht alles, was diese Mod kann. Zum Beispiel können wir auch einfach Shift und die linke Maustaste gedrückt halten und dann einfach über alle Items drüber fahren, um sie in eine Kiste zu legen und müssen nicht alles einzeln anklicken. Oder wir können zum Beispiel in einem Crafting Table mehrere Items auf einmal craften, indem wir mehrfach über die Position fahren, was in Vanilla Minecraft tatsächlich nicht geht. Und da finde ich, kann diese Mod auf jeden Fall extrem praktisch sein. Und damit sind wir auch mit diesem Video durch. Schreib gerne in die Kommentare, was du von diesen Tricks schon kanntest und falls du noch weitere Tricks kennst, kannst du dir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, falls dir das Video gefallen hat, darfst du natürlich gerne einen Daumen nach oben geben, gerne den Kanal auch kostenlos abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen.